Sekunden. Ne, 250 Sekunden. Hä, bei mir sind es noch 300 Lichtsekunden. Wie? Und du bist hinter mir. Sollte ich jetzt langsam bremsen? Ja, sollte ich. Bist du ab jetzt schon da, oder? Ja, fast. Ich bin dran vorbeigeflogen. Entschuldigung, 251.000 Sekunden. Der Punkt. Der Punkt. Ich will den Punkt verfolgen. Da ist er. Geschwadersignal. Ich fliege jetzt aber nicht zum Geschwadersignal. Nein, aber ich habe ihr Geschwadersignal. Ui. Ja, ich mache eben ein paar Spiränzchen. Jetzt fliegen sie an mir vorbei. Da ist das Wrack. Ey, das sieht so toll aus. Nicht das Wrack, sondern ein Wrack. Nein, es ist das Wrack. Es gibt nur eins. Äh, ich bin schon... Ich bin an die Singularität angeflogen und ich wurde rausgeschleudert, weil ich so nah dran war. Ich sehe das schwarze Loch nicht mal. Ich bin 163... ne, 36 Kilometer von Ihnen entfernt. Ich kann eigentlich zu Ihnen fliegen. Wissen Sie das? Nein, ich komme zu Ihnen. Keine Umstände. Ich bin schon mal so weit geflogen, wo ich an der Station zu früh rausgeflogen bin. Oder... Ne, ich bin an der Station vorbei. Bin auf Notstoppen, war 100 Kilometer entfernt. Da konnte ich die noch schön sehen. Fluchtvektor. Hitz auf kritischem Niveau. Das klingt doch toll. Sie müssen nur wegfliegen. Das ist sehr klein, das schwarze Loch. Wie gesagt, sie sind 135 Kilometer. Ich wollte eigentlich durchfliegen, aber darf ich nicht. Ich bin immer noch 200.000 Lichtsekunden entfernt von Carl. Warning, taking heat damage. Hier sind sie 250, 281, 291, 274, 226, 219 und da sind sie reingeflogen. Boah, das ist eins. Hammer aus. Hammer ist ein tolles Werkzeug. Und Crash. Was ist die maximale Geschwindigkeit, die man mit dem... Also, wenn ich bei der Reise daneben spiele? Was ist das? Das ist ja wirklich ein Wrack. Glaubst du, der würde lügen? Und ich fliege daneben. Nein, er hat gesagt, da ist ein Anzug-Wrack. Aber dass hier ein Wrack ist, hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja. Sehen Sie mal zu mir. Niklas, sehen Sie das? Was, was ist das? Oh! Es kam ganz langsam auf die zu, oder war? Was ist das? Niklas. Ja. So sind deine Schilde weg. Sind sie weg. Sind sie nicht. Doch. Jetzt sind sie weg. Ja. Ach, du grüne Neuner. Das sind die Plasma-Beschleuniger. Witzig. Der eine hat noch ihre Schilde weggehauen und der andere hat hier ihre Hülle auf 57% gehauen. Wenn ich sie jetzt nochmal angreife, dann sind sie weg. Dann sind sie in real life tot. Ich fände sie. Wie, nochmal zu mitschreiben. Wie willst du ein Hologram töten? Ich lösche deine Dateien. Siehste. Dann, dann fliegt er aus. Aber wenn du sagst töten. So viele Backups. Ja, ich... Backups. Ich schmeiß deinen Computer an die Ecke. Sie können jetzt weiter übrigens mit die Sachen einsammeln. In 100 Lichtsekunden da, oder wie man es nennt. Wer sind denn das? Das ist ein Container. Kupfer, Kupfer, Aluminium, Kobalt, Kupfer, Kobalt, Aluminium, Aluminium, Kobalt, Aluminium, Kupfer, Kobalt, Kupfer, Kobalt, Kobalt, Aluminium. Kupfer, 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 Kobalt, Kobalt. Und das war's. Ich glaube, Aluminium war auch noch dabei. Ja, dreimal am Anfang. Was wär das? Aber wie sah denn das aus, als die Plasmabeschleuniger auf sie zukommen das erste Mal? Das erste Mal? Mein Herz ist stehen geblieben. Das Licht! Das kommt auf mich zu. Oh. Ich kann die Raketen ohne Anwesend nicht abschießen. Das könnte kurz laut werden. Das ist einfach. Dann sind meine Raketen gerade durch das Wrack geflogen. Oh, sie kommt zurück. Oh Gott! Was war denn? Ich hab's gesehen. Das sah jetzt gut aus. Wer hat jetzt wen erwischt? Nein, nein. Niemand hat irgendjemanden erwischt. Das sah jetzt super aus. Machen Sie's nochmal. Ich hab meine Raketen durch das Wrack auf einen Container durchgeschossen. Jetzt, ähm, fast da. Auf den Container draufgeschossen. Die sind erst dran vorbeigeflogen. Und dann sind's umgedreht und sind draufgeklatscht. Machen Sie das Gleiche nochmal. Das ist ja, ja. Warten Sie noch kurz. Du brauchst mich nicht siezen, Timon. Ja, Entschuldigung. Warten noch ein bisschen. Doch, doch. Müssen Sie da. Da, da kommen sie. Schhh. Ey, toll. Das sieht wirklich toll aus. Ja, nennst wie sie sie an. Das sieht aus wie in den ersten Folgen von Star Trek Enterprise. Wo die auch diese Raketen nur hatten. Torpedos, glaube ich. Ja, sie können mal auf mich zielen und abschießen. Ich weiß aber nicht, ob ich dann verfehle, weil sie mitten größer sind. Ach, so schuldig. Ach, so schuldig. Ach, so schuldig. Eint, ich würde wahrscheinlich... Ich kann sie gar nicht. Doch, gar nicht. Soll ich? Machen Sie. Ich hab Schilde. Warte, ich... Jetzt seh ich nur noch Schilde weg und nur noch so ein Potent Leben. Nee, die Raketen sind nicht so heftig. Goodbye, good friend. Da sagte er... Stop. Ja, die sind eher... Die sind... Ja. Weniger. Die sind halt nicht für Schilde, sondern für die Hülle. Bleiben Sie mal da. Nein. Äh... Erstmal ein Beschläger. Nein, bleiben Sie mal da. Ja, ich bleibe doch da. Ich wollte nur auf Kuschelkurs gehen. Hat die Waffensysteme ausgefahren, was soll das heißen. Was ist das? Achtung und jetzt. Was? Nein. Ich hab grad ein EMP ausgelöst. Witzig. Wann. Ey, weil fängt das Ding da an, so ein Feuerwerk auf den Kopf zu hauen. Soll ich jetzt mal schießen? Hören Sie das? Das Bild hat sie grad verschoben. Hör du es auch? Das ist... Das ist... Ja. Es wird geladen. Waren Sie... Jetzt? Äh, wie viele Lichtsekunden vorher soll ich abgremsen? Äh... Keine Ahnung. Frühzeitig? Ich bin noch 10 Lichtsekunden entfernt. Oder 10... 10.000 Lichtsekunden. Kann ich das schwarze Loch anvisieren? Nein, kann ich nicht. Bekommen Sie gerade eine Nachricht? Shift Scan. Das ist jetzt... Jetzt, jetzt, jetzt haben sie eh ein Problem. Warum? Hey! Es macht einfach Spaß. Tut mir leid. Äh! Nein, er bewegt sich. Wie kann er nur? Ich weiß, man kann ja durchschießen. Aber ich fühle mich sicherer. Ne, man kann nicht durchschießen. Meine Raketen können durch. Ha, das ist meine ultimative Waffe. Ne, ich glaube, Ihre Raketen fliegen dran vorbei, oder? Schießen immer? Nein, fliegen durch. Nein, hören Sie auf damit. Piumf! Warte, zielen Sie mal auf mich. Tue ich. Okay, Mist. Der MP hat noch nicht funktioniert. Gut, der MP hat zu spät. Hallo. Tschüss. So, ich bin jetzt auch da. Schießen Sie. Okay, Frieden. Frieden. Frieden Sie. Ich habe keine Raketen mehr. Frieden. 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 Oh, die so zu ist. Ah! Ah! Also, ich könnte ja auch mal auf Sie schießen. Aber ich glaube, meine Waffe fliege ich mal durch, ich werde schießen durch. Au! Was wird das? Ja, kann ich auch. So, Kollisionskurs. Freedom! Frieden! Angriff! Los, Pikachu, du bist dran! Dööp döp 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 döp. Dööp döp döp döp. Lernen Sie doch stehen! Was will denn dis? Ah! Knapp vorbei ist auch geschüssen. Boost Fehlgeschlagen, Totti. Volle Energie auf den Antrieb, Schilde braucht kein Mensch. Beschleunigen Unternehmen, toll, toll, wenn sie ein mal stehen bleiben, ein mal was richtig machen. Hey, 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 freedom, 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 ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, schnell zum Wrack, das ist meine eigene Zigarette, das Wrack, ja, der Wrack, nicht das Wrack, das war ja... Frieden, ich habe perfekter Hintermanövriert, Allah, Allah, wow, nein, freedom, es ist nicht witzig. Finde ich schon. Nein. Nein, finden sie nicht. Spielen sie freedom mit dem da. Was, Target Shields offline? Online, nicht offline. Mir ist gerade was aufgefallen. Ach wirklich, hau rein. Ich bin ja schon das dritte Mal durchs Schwarze Loch geflogen. Du bist da nicht gerade rein, oder? Doch. Hey, da ist Helen. Warte, ich fliegs vor ihm. Was machen sie denn da? Ich komme zu euch, ich glaube ich bin ein bisschen schneller. Freedom. Wer seid ihr überhaupt? Ich kann nicht mich sehen. Ich mach gerade ein bisschen freedom. Freedom. Ich mach Frieden. Sind sie David Hasselhoff oder was? Reißen sie jetzt gleich die Mauer ein. Aufschiff. Au. Hi. Gucken sie mal nach oben. Lassen sie das. Das tut weh. Ey, sie haben angefangen. Das sehe ich gar nicht ein. Okay, Leute. Wer ist da? Sie können übrigens noch ein paar Sachen einsammeln. Einsammeln. Ich lag sie lieber an der Jofft. Hui. Die teuren Sachen. Die teuren Sachen. Ullllllllll. Sind El gestohlen. Freedom. Da ist ein Karl. Angriff. Nein, lassen sie das. Nee. Freedom. Gut. Ich will auch mal schießen. Ähm. Warum? Warum? Tatsächlich schießen meine zwei Maschinengewehre nicht. Warum nicht? Bam! Au. Danke. Au. Ich mach mit. Danke. Au. Computer. Auf. Auf. Ist der tot? Ja. Ein bisschen. Ey. Und sie haben keine Schilde mehr. Nur noch 25%. Ich geh mal. Computer. Ab. Auf Kuschelkurs. Nein. Freedom. Fliege. 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 Ey. Warum ist denn der so schnell? Fliege schneller. Ich kann auch einfach auf Wub gehen. Frameshift Drive. Nee. Da schieße ich. Es ist er weg. Oh. Ja. Gegen eine Weiber fliegen ist eine schlechte Idee für die Weiber. Boah. Ich hatte volle Schilde, volle Hülle. Ja. Jetzt nicht mehr. Erstmal das wichtigste Einwand. Frameshift Dedicter. Ich weiß was besseres. Moment. Ähm. Da sind jetzt gerade Haufen Schiffe rausgekommen. Interessant. So. Wir fliegen jetzt zum schwarzen Loch. Nochmal. Nochmal. Ich war noch gar nicht da. Ein Spaß für die ganze Familie. Ein Spaß. Der braucht eine halbe Stunde, dass er da ist. Es sind nicht mal zwei Minuten hier und sie jagen ihn in die Luft. Er wollte auch mal angreifen und dann habe ich ihn zer kollidiert. Er wollte dann nur ein bisschen Freedom. Genau. Ich will doch auch noch Freedom. Sie können übrigens hier... Freedom! Was zum Geier! Schau mal was ich geschrieben habe. Kopfgeld von 2,5 Millionen. Wie? Auf so einen Karl. Ich hoffe sie werden zerstört. Ich habe sogar schon eine Antwort gekriegt von dem Spieler. Ich hoffe ihnen macht eine Anderconner Spaß. Ich hoffe sie haben Spaß mit der Anderconner die auf sich hat. Wie kann man das machen in dem Spiel? Ich kann nicht wusste dass das geht. Wenn die Spieler im Lokal da sind, können die einfach mal sagen Geld. Ich kann denen ja Gold abwerfen. Ja das ist das einzige was man machen kann in dem Spiel. Ja. Karl von Schlaurrington. Gesetzlos. Das passt zu dem. Erstmal Gold kaufen. Ich kann Geld mehr um nochmal ein Schiff zu kaufen. Gut, ich flieg jetzt in die Singularität. Nee ich glaub Platten ist besser. Hä? Wurden sie gerade aus der... Ja! Da ist ein... Ein Igel ist hinter mir her. Wirklich? Ein Igel? Ja, der will auch mal ein bisschen... Freedom! Ich will sie töten. Wenn sie jetzt sterben, ich freue mich so. Wegen der Igel. Haben sie Lust mit mir gegen den zu kämpfen? Wo sind sie? Nein ich hab jetzt... Ich bin noch beim schwarzen Loch. Ich hab jetzt aber anderen gefragt. Können wir machen. Also wenn sie sich nochmal abfangen lassen. Ich komm mit. Na der ist immer noch hier. Sie sind doch auch hier. Sie sind doch auch mit hier. Ja nö. Ich muss erstmal Geschwadersignal. So und jetzt muss ich jetzt zu ihnen fliegen oder so. So. Sie sind noch 0,20 Sekunden. Das ist ja ein Pups. Nur wird er mir nicht den Gefallen tun, um stehen zu bleiben. Ja meine Raketen sind irgendwie weg. Alle. So. Ich bin da. Der eine ist lila. Das haben sie angevisiert. Genau. Ich sollte vielleicht auch meine Waffen auswählen. Under attack. So. Hey er sagt zu mir, er stirbt. Das finde ich total... ...asozial ne? Weil er stinkt. Diese scheiß Jugendsprache. Sie dürfen ihn noch nicht töten. Ich muss ihn noch mit dem T-Scanner scannen. Warum? Weil dann kriegen wir mehr Geld raus. Okay. Ich lass ihn. So. Und... gleich gescannt. Und er ist gescannt. Er ist jetzt gerade explodiert. Und wir haben... ...kein Pfennig bekommen. Sonst hätte sie oben rechts gestanden. Stand bei ihnen oben rechts? Ja. Nö. Das ist doch gar nicht. Aber der hat irgendwelche Sachen fallen gelassen. Geborgene Legierung. Cool. Sammeln sie sie ein. Ich. Ne. Für Spaß. Ich gönn ihnen das. Ich flieg da lieber gegen. Und mach ihnen das schwerer. Wäre ne Challenge. Jaaaa. Gut. Achtung. Die sind weg. Die sind nicht weg. Einer ist noch da. Der fliegt nur in unendlichen Weiden. Ja. Ein Kilometer ist er schon weg. Lass mal das. Ich bin dagegen geflogen. Abschießen. So. Jetzt weiter zum Mars. Mars. Ach. Ich flieg mal zurück. So Mars. Ich mag Mars dabei gar nicht so gerne. Die Sneakers finde ich dieser besser. Was sind sie so? Der Sneakers Fan? 3. 3. 3. 1. Engage. Oder du Klaas. Okay. So. Wo ist denn jetzt unser Lieblings Singularität? Galaktische. Galaktische. Ach nicht galaktische Karte. Was war das? Ja. Max. Jetzt immer mehr. Wenn ich das nächste Mal sie irgendwo sehe, knall sie ab. Ähm. Und was ist jetzt eigentlich mit den Leuten, die mich verfolgen? Wer hat denn da geantwortet? Ich bin auch neugierig. Erzählen sie mal. Sag mal so. Das war eine Anaconda, die mir geantwortet hat. Ja. Ja. Wer nicht ist und geantwortet ist. Aha. So ich bin beim schwarzen Loch. Achso. Ich dachte sie wurden wieder rausgeholt und deswegen gestehen. Eintritt in Sperrgebietszone. Das. Bingen Sie hier ein bitte. Machen Sie mir den Gefallen. Sterben Sie. Ja. Also auf der Karte, auf dem Hologramm, da sieht es irgendwie interessanter aus. Aber es sieht immer noch so aus wie sonst auch. Jetzt bremst doch du blöde Style. Also ich glaube es gibt hier nichts wirklich interessantes. Ich will das aber sehen jetzt. Mann. Bei der nächsten Station docke ich an und beende das Team. Oh oh. Ich glaube ich fliege da wieder rein. Nein. 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 Der hat auch vielleicht gute Schildesbegriff. Ich werde jetzt nicht gerade ernsthaft abgefangen. Doch doch. Oh sie sind hier. Ich nehme mich das an. Was haben wir denn da? Douglas LA. Okay. Gut. Wollen wir mal zusammen mit dem Spaß machen? Sie sind 53 Kilometer entfernt. Ich flieg mal zu ihnen. Toll. Ich sehe wie sie schießen. Interessant. Interessant. Ich finde das nicht so interessant. Weil er gerade meine Schilde wegfegt. Kommen sie zu mir. Nein. Ich will jetzt gegen den kämpfen. Ja. Schade. Ich will doch keine 50 Kilometer. Was ist denn mit dir? Nein. Alles gut. Boah eh. Interessant wie ich das sehen kann. Nice Hacks. Wallhack. Naja gut sind nur 50 Kilometer ne. Ach ich verpiss mich jetzt. Ne. Sieh nicht ein.